Gamsi and Goma Theme Park Mir gefällt nicht, dass sie so Waffen und sowas in der Hand haben Nehmen wir mal Junior Hab dich Nix passiert, ich hab's voll unter Kontrolle Ein Profi Skateboarder, wissen sie? Entschuldigung, ich suche was Können sie mir, können sie mir Eventuell Okay, sie schlafen, dann möchte ich sie nicht weiter stören Oh, tut mir leid Ist das eine Westernstadt? Oh, Entschuldigung Okay, wo ist denn... Was ist das? Es sind irgendwie... kleine Figuren Süß Okay In die Westernstadt Das krieg ich hin Vorausgesetzt, es ist eine Westernstadt Ei, ei Als ob Ähm Au Au Yay Das war easy as fuck Genauso wie das War auch easy as fuck Au Mein Arm Fuck it I'm still a... Still a Superstar So Ah, mein Arm Ja Ja, als ob Aber diesmal hab ich wenigstens meinen Arm nicht verloren Ah Mit ein bisschen Schawum Komm schon Yeah Yeah Yep Das war zu viel Gibt's hier noch eine andere Möglichkeit da wieder rauf zu kommen vielleicht Es sieht so aus Dann versuchen wir doch mal Das System auszutrexen Oh Oh Ähm Oh Ich muss da auf die Strecke kommen Die Frage ist Wie Ähm Eiern Bamm Entschuldigung Es fällt mir schwer Es fällt mir schwer Das so komplett ernst zu nehmen Weil ich mir denke Als ob Yep Okay Das war Das war nice Das war richtig nice Maybe Maybe baby Listen and repeat Oh Das hat sich ja weh getan Das war easy Das könnte so easy Das könnte so easy sein Das könnte Nein Ich muss vielleicht versuchen Wenn ich am Ende des Loopings ankomme Zu bremsen Ach guck mal Hab dich Hab dich Häppah Und Häppah So geht das nämlich Eigentlich Ist aber eine andere Stelle Bei der ich immer wieder anfangen kann Um dort zu sterben So Was soll Oh Was soll ich jetzt tun Beziehungsweise Wo soll ich hin Da Okay Oh 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 Ach Nö Geh ich schon wieder Oh Okay So geht das auch Häppah Man bin ich geil Eieiei Okay Das schaffe ich nochmal hin Da durch zu fliegen Häpp Gut Das war schon mal Das war schön Ach Gott Geronimo Oh Mein Gott Okay Versuchen wir es mal Mit vorsichtigem Herantasten Seht ihr Easy Oh sorry Kleiner Kerl War ich hier nicht gerade schon mal Oh ich hab Okay Ich hab einfach eine Laterne umgefahren Okay Aha Da war das Ziel Wollt ihr mich verarschen Ganz ehrlich Aha Klasse Okay 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 Ja.